So, hier nur noch mal eine kurze Ergänzung. Wir haben also hier noch mal unser Ziel erreicht und wir schließen jetzt einfach hier mal an der Position. Also 10, 10, 7, 9, das ist also ein hervorragendes Ergebnis. Wir haben also unser Ziel erreicht, ich habe sogar hier ein bisschen zurückgezogen. Also wir hätten heute das Ziel eigentlich vor zwei Tage erreicht. Wir haben also 6,8 Prozent. Ich wollte es einfach nur noch mal zeigen. Und hier dieser kleine Rücksetzer hat sich auch genauso ereignet. Er ist hier an die Mittellinie herangeladen, hier wieder runter, hier wieder hoch. Ich habe einmal gekauft, einmal verkauft und dann haben wir jetzt hier die 10, 6, 8, 6. Das ist ordentlicher Gewinn, also 6,8 Prozent in 24 Stunden. Wir können ja mal gucken, wann wir denn hier eröffnet haben. Mal gucken. Ergebnis. Dann haben wir einfach mal das Allerallererste. Mal gucken hier, das sind die Kontoauszüge. Hier waren große Brocken dabei, wo ich ja versucht habe zu retten. Mal das ganz erste Mal gucken. Irgendwo war das hier. Mal gucken. Ah, hier. Also 17 und 8, 12 Uhr und 5. Und wir haben es jetzt 18 und 8, 13 Uhr 34. Also man kann sagen 25 Stunden. 25,5 Stunden. Ja, und für 25,5 Stunden die 686 Euro. Das wollte ich bloß mal noch mit nachreichen, was hier am Ende nochmal passiert ist. Ich musste leider das Video beenden, weil es sonst zu viel wurde. Ja, eigentlich wurde das Video beenden, weil es sonst zu viele goodbye ist. Da sofort寸 24 Stunden weil das da sind. Vielen Dank.